Das ist jetzt eine Lesbe, oder was? Und wie? Warte mal, was? Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist denn die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sag dir das was? Du bist... Das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach. Nein, du verstehst das nicht. Doch, doch. Du bist gut, du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so, tut mir leid. Doch, doch, bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Ich bin wie der Ducher. So, und da, vielleicht zieh. Weiter. Das wird nicht schlecht. Da. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020